hallo und willkommen zu einem neuen canopy update ja eigentlich wollte ich kein update mehr machen aber wir haben ja dann doch ein bisschen bewegung jetzt in den markt bekommen das sind natürlich alles minimale bewegung klar der ist jetzt neun prozent nach oben hier knapp zumindest laut trading view wahrscheinlich ein bisschen mehr aber hier wenn man rauszumt braucht man lupe um diese bewegung zu erkennen trotzdem ist es jetzt die größte grüne kerze die wir hier ja in diesen letzten wochen gesehen habe ich denke davor ja also hier das letzte mal war so im mai irgendwann also haben wir eine grüne kerze und das ist jetzt dieser ausbruch ich habe es gestern noch gesagt im video deswegen habe ich extra darauf hingewiesen dass wir möglicherweise kurz vor einem ausbruch stehen wir sind nämlich an die oberkante dieser beiden trendlinien gelaufen und solange die trendlinie halt hält klar drückt den preis weiter runter aber der wave count nach unten ist ja voll das heißt wir müssen high alert sein ja also wachsam sein natürlich wissen wir immer erst nach dem break oder wenn der breakout passiert dass möglicherweise sich strukturell was verändert dafür tracken wir ja solche trendlinien das heißt was habe ich gesagt ich habe gesagt wenn wir einen ersten bruch der trendlinie sehen dann können wir genauer hinschauen weil jetzt geht es halt drum okay kann er jetzt eine fünfteilige bewegung nach oben ausbauen das wird jetzt die nächste bestätigung die wir halt brauchen um sagen zu können dass ein boden ausgebildet ist bei canopy natürlich bin ich skeptisch und natürlich werde ich keinen boden ausrufen wegen seiner grünen kerze hier da muss jetzt schon ein bisschen mehr kommen aber sobald wir eben hier diese gelbe welle 1 komplett haben dann kann man eine unterstützung für den auf den chart bringen also wenn die welle 1 klar ist das jetzt aktuell ist das nur eine dreiteilige aufwärtsbewegung viel mehr sieht man da nicht das ist hier so ein bisschen seitwärts range und dann eine grüne kerze wir brauchen jetzt einen kleinen fünfteiler in der welle 1 diese wird aber zu klein sein ja um zuverlässig zu sein und dann könnte man aber anhand der des tops dann eine unterstützung definieren für die welle 2 und anhand dieser daten kann man dann die ziele berechnen für die welle 3 für die welle 4 und die welle 5 ich brauche also nur ein anfängliches kleines one two setup um die ziele zu bestimmen für die wellen 3 4 5 so und wenn diese fünf wellen dann die parameter eingehalten haben dann kann man sagen vermutlich ist der boden drin und dann können wir das gleiche spiel erneut spielen und zwar die nächste unterstützung auf den chart bringen für dann den nächsten größeren korrektiven pullback weil nach einem ersten fünfteiler haben wir dann die nächste abc struktur zumindest können wir damit rechnen ja also das ist das worauf ich in den nächsten wochen achten werde es geht natürlich jetzt darum dass dieser ausbruch nachhaltig ist der ist natürlich jetzt erst vor ein zwei stunden passiert mit dem öffnen der new york session aber das ist natürlich jetzt trotzdem mal was was man halt weiter beobachten kann denn dass ich hier ist jetzt nichts passiert eigentlich die letzten wochen wir haben immer unseren wave count schön ausgefüllt und ihr wisst ihr wisst dass der wave count voll war wir haben jetzt nicht mehr auf irgendwie noch eine welle 5 gewartet oder wie auch immer nein der wave count ist voll aber ich habe euch erklärt wenn eine wellenzählung voll ist heißt das ja nicht dass jetzt die wende erfolgen muss es heißt aber dass wir wachsam sein müssen es geht ja immer um die wahrscheinlichkeiten jetzt hatten wir halt hier noch den die die besondere situation dass wir ja einmal jetzt auch die unterstützung gesehen haben hier bei 6 16 das war ja so ein wichtiges fibonacci extensions niveau und bei der vorherigen welle 4 ich habe oft gesagt dass eine welle 2 oftmals in dem bereich einer vorigen welle 4 des geringeren wellengrades abgeschlossen wird das ist natürlich jetzt nur richtlinien und und so weiter wir brauchen jetzt halt die objektive bestätigung dass ein boden ausgebaut ist und ich glaube noch nicht daran ich brauche diese fünf wellen es geht ja hier um die objektive analyse meiner einschätzung nach glaube ich auch noch nicht aber das wird sich zeigen da muss ich einfach mehr sehen als mal so eine grüne kerze ich meine das hier war auch mal eine grüne kerze bis sie dann komplett wieder abverkauft wurde also da muss man bei so einer aktie natürlich vorsichtig sein trotzdem will ich euch einfach jetzt noch mal mitteilen worauf man achten muss und ich werde das natürlich begleiten auf dem kanal viel länger muss ich das video jetzt auch nicht machen alles andere haben bei den letzten videos natürlich auch besprochen auch grundsätzlich nur das bärische szenario besprochen das natürlich alles nach wie vor valide und möglich weiter fallende preise sind möglich und auch wahrscheinlich bis wir die nächste fünfteilige aufwärtsbewegung gesehen haben und wir haben zwar jetzt ein erstes breakout signal das kann ja auch oder konnte man auch trainen ich habe gestern noch darauf hingewiesen ich will euch ja auf solche dinge aufmerksam machen bevor der breakout passiert ja nicht erst danach natürlich gibt es ein follow-up jetzt hier aber es geht jetzt natürlich darum nach so einem anfänglichen signal jetzt auch die nächste objektive fünfteilige bewegung abzuwarten was die strukturelle analyse angeht ich hoffe euch hat das video gefallen bei dem so ist bitte ein like da lassen aber unten kommentar schaut gerne bei patreon vorbei den link findet ihr in der video beschreibung dort gibt es tägliche updates zum s&p 500 in der videoanalyse und auch regelmäßige aktien updates ist allerdings nur in englischer sprache verfügbar aktuell ansonsten hatten schönen tag noch schönen abend bis dann